Heute zocke ich für euch wieder Zombie Derby. Wir fangen einfach nochmal hier an. Pimpen unsere Kiste ein bisschen auf. Hauen auf jeden Fall ein bisschen Sprit drin, das ist immer wichtig umso weiter kommen wir. Und haben noch 65 Klamotten und los jetzt. Gut dann nehmen wir hier rechts ein bisschen Stoff und kacheln die einfach mal um. Hier oben kann man schießen hier links. Alter, richtig Glück gehabt. Alte Scheiße kachelt die Kiste los. Na ja, ich glaube jetzt packen wir es nicht mehr. Also wichtig ist, das habe ich jetzt gerade mal so rausgekriegt, dass wir uns die Schüsse aufheben für die komischen Fässer hier. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Punkte gekriegt. 626 Klamotten. Was investieren wir das? Was sagt ihr? Oder wollen wir das sparen? Was ist denn das hier? So, fahren wir erstmal nochmal. Und gib ihm Feuer. Also ich investiere meine Schüsse jetzt nur noch für die alten Kisten. Ach, Scheiße. Sprit, Alter, ey, so ein Schrott Naja, egal Wie viel haben wir eingesammelt? 556, zack 1900 Na, darauf sparen wir jetzt Dann fahren wir gleich nochmal Jeb ihm Schrott Die Kisten können wir erstmal nicht kaputt machen Wissen wir erstmal Bescheid Vielleicht ist es sinnvoll Mal sie ein bisschen rollen zu lassen Ich weiß es nicht Oh Naja, ein Dolber nicht Jetzt haben wir nur 326 erholt Und fahren wir gleich nochmal Jetzt die Weg mache ich einfach richtig Stoff hier Hier sind wir rübergekommen Der war gut Ich muss mir überlegen, wie viel Sprit wir noch brauchen, dass wir hier einfach mal durchkommen Sprit schon wieder alle Ich habe noch nicht mal die halbe Strecke hinter mir Schießen kann ich auch nicht mehr so ein Mist, Alter Ich werde die 4 noch umknallen Seil So, sammeln wir das gleich mal mit ein Jetzt haben wir 2000 Jetzt können wir hier den Sprit holen Zack Sprit Level 4 Und dann fahren wir gleich nochmal Stuntman 25 Punkte Ich habe noch nie gehabt Das ist mal halb überschlagen, die Kiste, Alter Ah, jetzt ist mir nicht Sprit Nein, Sprit ist halb voll Nein Nein Komm, 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 schaffst du Yes Jetzt ist die Spritscheiße alle Boom Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt gut weit gekommen 77 Meter und haben wir ein paar Punkte geholt Oder ein bisschen Kohle, sagen wir halt so Gut, ich hoffe, euch gefällt das Spiel Probiert es einfach mal aus Fahrt einfach mal Und ich glaube, ihr werdet begeistert sein Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal Ich wünsche euch weit, haut rein Ciao